Nicht denken, da wird ja für uns eingeordnet, da wird uns gesagt, AfD-Nazis, ja, äh, Trump-Rechtsradikal, ja, haha, ja, und Taka Kassen auch rechtspopulistisch und Wladimir Putin, Vlad der Fehler, so, wisst ihr Bescheid, ja, haha, von der Leyen ehrlich, Scholz schöne Haare, äh, Baerbock-Redegewand, ja, Habeck-Wirtschaftsexperte und Lindner, äh, äh, egal.